Ja, das ist ja eine Region, die sehr viel Potenzial hat, also sowohl menschlich von einer Tour, von allen Strukturen und so weiter, also von Hotel, Urlaub, Tourismus und ich habe das Gefühl, dass das auch sehr genutzt wird. Und das hat eine positive Ausstrahlung, die man spürt und aufnimmt. Ich glaube, dass das eine Region, die sehr viel beeinflusst ist. Und eine gute Landschaft, und eine gute Möre, und gute Leute, und wenn das alles beeinflusst, dann fühlst du dich sehr positiv. Und ich denke, dass das eine Region, die man sich an, wenn man will, 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 ist ein sehr schönes Region. Krim-Territory positiver.